Hallo zusammen, hi everyone. Heute ein Experiment und zwar ein Flip Cup, so genanntes Dirty Pouring auch, alles in einem Becher und zwar aber mit vier Becher auf einem kleinen Untergrund, weil mir waren die Farbunterschiede nicht so ganz schön und da wollte ich ein bisschen mehr Kontrast reinbringen, also mehr unterschiedliche Farbunterschiede. Okay, one another experiment. I'll make a Flip Cup with four cups, slowly area. I hope it works. Okay, good. Farben habe ich weiß, schwarz, ultramarinblau, kirschrot, gold, zitronengelb, neongrün und violett. My colors are white, black, ultramarin, blue, cherry red, gold, zitronengelb, neongrün und purple. Okay, let's start it. And I'll make it just as I have more difference with the color, the contrast. Das wollte ich noch sagen. Okay, let's start it. We do this. Und noch eins rein. Und noch eins rein. noch mal ein bisschen schwarz noch mal ein bisschen schwarz Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Okay. Wish me luck. I'll bring it to the camera from close. Okay. Then. Bis gleich. Okay. I'll mix it one time. Okay. Okay. And the last one. Okay. 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 Let's do it. Okay. 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 Okay, ich mache ein bisschen mit dem Heißluftföhn um die Zellen größer zu machen. Make a little with the heat gun, then make the cells bigger. Okay, it's enough. Das reicht schon. So, ich hoffe ihr könnt es gut sehen. Immer ganz vorsichtig. Ich habe viel Farbe. Make it slowly, I get much color. Okay. 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 Wow. Wow. Okay. 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 ... 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 ein bisschen wo ist denn mit gern nice wow gerade ein bisschen nicht zu viel ich überlege gerade echt ob ich überhaupt was brauche nur ein bisschen am Rand ok ok ich hole die Kamera her es ist wirklich sehr schön geworden ich bin wirklich begeistert ähm ich bringe die Kamera her von close es ist sehr schön also sehr schön so bin zurück ich bin zurück ihr könnt es sehen also schaut es euch an der Kontrast und und die Zellen richtig schön geil geworden also das probiere ich wirklich mal auf einem großen Bild aus der Kontrast ist sehr schön und die Zellen die Zellen die Zellen oder die Zellen sehr schön ich mache das nächste Mal auf einem großen Bild schau dir hier das an mit dem Gelb Wahnsinn also ich bin richtig begeistert und das war das mit dem Kontrast im Prinzip ne das ist hell und dunkel coole Sache coole Sache ok also ich hoffe euch hat es wieder gefallen wenn ihr den Kanal noch nicht kennt gerne abonnieren für mehr Videos äh schreibt mir in die Kommentare ich antworte auch wenn ihr Fragen habt ich helfe gern und dann bis zum nächsten Mal ähm I hope to enjoyed you you liked this video when you don't have subscribed my channel then do this please for more videos and write me comments I answered you when you need help I tell you ok then see you next time also gut dann bis dann tschüss bye 높 2 an 5 nach 2 5 in 8 �